Texas ist ein Bundesstaat im Süden der Vereinigten Staaten, am Golf von Mexiko. Mit einer Fläche von über 695.000 Quadratkilometern ist Texas hinter Alaska der zweitgrößte Bundesstaat der USA und rund doppelt so groß wie Deutschland und mit über 30 Millionen Einwohnern hinter Kalifornien der zweitbevölkerungsreichste Bundesstaat. Der Staat mit einem einzelnen Stern auf der Flagge erwirtschaftet rund 2 Billionen US-Dollar, womit sein BIP mit dem Kanadas vergleichbar ist. Texas hat im Süden eine Grenze zu Mexiko. Im Westen grenzt es an den US-Bundesstaat New Mexico, im Norden an Oklahoma und im Osten an Arkansas und Louisiana. Der Südosten ist flach und gehört zur Golfküstenebene. Die Küste selbst ist durch Marschland, Lagunen und Sandstrände geprägt. Vor der Küste liegen die als Texas Barrier Islands bezeichneten Barriereinseln, darunter Padre Island, das als weltweit längste Düneninsel gilt. Richtung Westen steigt das Gelände an und wird zur Hochebene der Great Plains gezählt. Dazu gehören beispielsweise die Landschaften des Llano Estacado und des Edwards Plateaus. Und schließlich erheben sich im Westen verschiedene Bergketten wie die Davis Mountains und die Guadalupe Mountains, zu denen auch der Guadalupe Peak gehört, der mit 2667 Metern der höchste Berg des Bundesstaates ist. Der Rio Grande im Süden von Texas bildet die Grenze zu Mexiko, wo er übrigens Rio Bravo genannt wird, und an dessen Verlauf sich mehrere Stauseen befinden. Weitere größte Flüsse sind Packus River, Colorado River, nicht zu verwechseln mit seinem größeren Namensvettern weiter westlich in den USA, Brazos River und der Red River, der in den Mississippi fließt. Im Süden und Südosten des Bundesstaats herrscht ein subtropisches Klima mit heißen, feuchten Sommern und milden Wintern vor. In den Küstengebieten des Golfs von Mexiko ist das Klima durch hohe Luftfeuchtigkeit und häufige Stürme geprägt. Der Westen ist hingegen trocken bis sehr trocken, mit einem semiariden Steppenklima und im äußersten Westen sogar Wüstenklima. Im Norden und Nordwesten jedoch mit kontinentaler Ausprägung, das heißt mit heißen Sommern und kalten Wintern. Die Bevölkerung konzentriert sich hauptsächlich auf den östlichen Teil des Bundesstaats. Die größten Städte sind Houston mit über 2 Millionen Einwohnern, San Antonio mit rund anderthalb Millionen Einwohnern und Dallas mit über einer Million Einwohnern. Darauf folgen Austin, die Hauptstadt von Texas, sowie Fort Worth und El Paso. Die Ballungsräume von Dallas-Fort Worth und Houston kommen beide auf jeweils mehr als 7 Millionen Einwohner, wodurch knapp die Hälfte der Gesamtbevölkerung in diesen beiden Verdichtungsräumen lebt. Inklusive San Antonio wird die Region auch als texanisches Dreieck bezeichnet. Der Bundesstaat hat keine Amtssprache, wobei faktisch Englisch verwendet wird, dass Schätzung zufolge von zwei Dritteln der Bevölkerung zu Hause gesprochen wird. Daneben ist Spanisch verbreitet und wird von einem knappen Drittel zu Hause gesprochen, insbesondere im Südwesten des Bundesstaats, wo die hispanische Bevölkerung in der Mehrheit ist. Die dominierende Religion ist das Christentum. Knapp die Hälfte der Texaner bekennen sich zu einer protestantischen Glaubensrichtung, während fast ein Drittel Katholiken sind. Rund 20% sind konfessionslos. Auch wenn Texas international besonders für seine Erdölförderung bekannt ist, verfügt es über eine stark diversifizierte Wirtschaft und ist gleichzeitig der exportstärkste Bundesstaat. Texas weist die höchste Anzahl an landwirtschaftlichen Betrieben unter allen US-Bundesstaaten auf und rund drei Viertel der Fläche werden landwirtschaftlich genutzt. Wichtige Erzeugnisse sind Baumwolle, Weizen, Mais, Hirse und verschiedene Obst- und Gemüsesorten, darunter Wassermelonen. Die Viehzucht, insbesondere die Rinderzucht, aber auch die Geflügelhaltung ist ein wichtiger Wirtschaftszweig. In Texas finden sich große Vorkommen an Erdöl und Erdgas, sodass der Bundesstaat bei beiden Rohstoffen der größte Produzent innerhalb der USA ist. Neben der Förderung und Raffinierung sind wichtige Industriezweige die Petrochemie, die Metallverarbeitung, die Luft- und Raumfahrtindustrie. Außerdem befindet sich das Johnson Space Center der NASA in Houston, die Automobilherstellung, die Elektronikindustrie und die Nahrungsmittelindustrie. Bei den Dienstleistungen sind der IT-Sektor besonders stark konzentriert in Austin und der Tourismus hervorzuheben. Beliebte Reiseziele sind die Städte San Antonio und Austin, Badeurlaub an der Küste von Galveston bis zum Süden von Padre Island oder Natururlaub im Big Bend Nationalpark. Nicht zuletzt sind die Metropolen des Bundesstaats auch Heimat zahlreicher großer Fortune 500 Konzerne. USA-typisch ist die Straße Hauptverkehrsträger, während die Eisenbahn hauptsächlich für den Gütertransport von Bedeutung ist. Der Dallas-Fort Worth International Airport gehört nach Passagieraufkommen zu den bedeutendsten Flughäfen in den USA. Außerdem sind Houston und Austin von Bedeutung. Zudem sind mehrere der größten Häfen der USA in Texas angesiedelt, allen voran Houston, gefolgt von Corpus Christi, Beaumont und Port Arthur. Und damit endet der kurze Überblick zu Texas. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.